Hier ist sehr wellig die Fahrbahn, da merke ich das mit dem Fahrwerk, dass das so schön ist. Oder es ist halt nur eine Einstellungssache bei meinem, das kannst du auch haben. Ich weiß ja nicht, was die hier schon dran verstellt haben. Jetzt leuchtet das Licht blau. Warum weiß der Kuckuck? Manchmal grün, manchmal blau, manchmal rot. Was willst du mir sagen, Licht? Sprich mit mir! Man muss bedenken, ich fahre hier auch 20 Kilo weniger durch die Gegend. Wenn man bei meiner diese 20 Kilo wegschneiden würde, Sound ist gut, dann wäre die auch noch ein bisschen agiler. Würde sie einem agiler vorkommen, die merkt man. 20 Kilo ist nicht wenig. Schöner Sound. Boah, ist das eine Bremse. Halleluja! Gar nicht schlechter Ausbruch. Kein Grund, den zu wechseln. Hört sich giftig an, da sind 53. Also nicht, dass man denkt, ich fahre hier mit 80 durch so hoch. Ja, da merkt man die 20 Kilo. So, jetzt geht's zurück. Manni fährt mit. Okay. Ja, da ist vorne. Okay. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR also dieses bunte licht kann man irgendwie programmieren dass er bei einer bestimmten drehzahl die farbe ändert wie so ein chameleon und beispielsweise sagt jetzt schalte mal dann sparst du sprüht dafür ist das was man negativ aufgefallen ist es wenn man steht und will den seitenständer runterklappen da ist der nüppel den mandat betätigen muss für den seitenständer der ist genau unter dem angst mit von der fußraste das heißt da muss man ein bisschen zirkeln das ist gewohnheitssache das funktioniert bei meiner einfache man hat die rasten scheinbar verlegt oder den seitenständer verlegt wunderbares getriebe so jetzt bin ich mal gespannt was der preis der mühe da jetzt ist heute bei meiner neue reifen das carbonteil daran den strom anschließen und 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 ölwechsel da kommt was zusammen aber muttert mut hilft ja nix vibriert vielleicht etwas mehr als meine jetzt so bei sechster gang 106 das merkt man vor allem im rechten hebel auf dem brenz hebel ich war ja immer mit finger auf dem brenz hebel und da vibriert sie stärker etwas stärker als meine ja das ist alles geschmackssache sowas oder schon mal gesagt motorrad kauft man mit dem bauch oder mit dem herzen aber 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 mit dem verstanden irgendwie nicht ich jedenfalls und ich weiß nicht ob ich das schön finden soll das mäusekino ich finde es nicht schön aber heute muss das ja irgendwie so sein meine mainz ist auch nicht schön aber dass das das passt wenigstens das folgt der form der quickshifter ist irgendwie intelligent ich wollte gerade noch einen runterschalten da ist ihm wohl eingefallen nach nee das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel drehzahl dann dann geht er aber mal ganz schwer da müsste man schon richtig drauf treten dann aber lieber ihm das ist geschaltet zu werden desto leichter geht er so würde ich das mal sagen sehen was er sagt wenn ich jetzt den fünften gehe und das mag er auch er will ja sprit sparen scheinbar leuchtet er dann auch grün wenn er sich gut fühlt jetzt mal gas auf dem fünften mein leber schwarf das ist standard modus ich gehe mal wieder auf sport ich gehe mal wieder auf da war ich mir nicht ganz sicher, wollte ich erst mit Kupplung schalten oder ohne schalthebel liegt anders als bei meiner, deswegen treffe ich ihn manchmal nicht so richtig das war aber hart ich habe das gefühl den drehzahlenmesser haben die so konstruiert dass er eigentlich überflüssig ist ich meine wenn man ehrlich ist bei meiner gucke ich schon mal öfters drauf weil er da präsenter ist da ist er in der mitte und größer aber hier verleitet gar nichts dazu hinzugucken man guckt viel lieber auf den tacho oder muss ja auch im tacho gucken oder auf die ganganzeige das ist beides sehr gut ablesbar also blend freier als bei meiner bei meiner sind die instrumente meine blendet mehr da sieht man manchmal nur noch drei weiße dreiecke da waren wir auch im schlag im nächsten dorf müssen wir abbiegen im nächsten dorf müssen wir abbiegen ich glaube noch einen weiter ne ja 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 oh mit solchen deckeln hat man is afrika twin keine probleme sehr elastisch der motor kann man nicht mehr gar ah da hat sich was getan kommt eine ellenlange gerade ja konstrykt istry Read sie sie Ja, Sound ist gut. Ah, müssen wir links ab. Das wollte er nicht, da musste ich richtig drauf. Das ist gut. heute morgen hat es wenigstens schon mal geregnet da hat die natur schon mal wieder einen schluck wasser mehr gekriegt seit wochen hat es ja hier nicht geregnet trotzdem sind es wieder so 27, 28 Grad der zieht sich so zu hier hinten nein verkehrt gemacht hat Honda da nichts mit dem Ding ich hätte vielleicht einen anderen Designer genommen der das ganze nicht so auf retro gemacht hätte denn futuristisch war ja meine eigentlich und das hier ist ja wieder retro da kannst du dich nur mit dem Karo-Hand draufsetzen und ein 7-Tage-Bart jetzt muss ich gucken das war gerade Improvisation, diese Strecke hier hoch oh, Blinkerbody abstellen, die hupen irgendwo muss ich jetzt hier hin ich glaube hier vorne links das ist jetzt die besagte Umleitung die hatte ich ja schon von gesprochen ich glaube wir müssen links, ja genau ich habe schon überlegt, die Federung, wo ich sage, die Federungskomfort der Federungskomfort ist halt besser geworden diese Maschine hat jetzt gelaufen 829 Kilometer also die ist noch neu hat also auch frisch neue Reifen genauso kam mir ja auch neulich der Crosstourer vor als ich neue Reifen drauf hatte als ob das ein ganz anderes Motorrad sei das kann auch den Reifen geschuldet sein ich werde das ja gleich merken bei meiner, wenn die auch neue Reifen hat habe ich ja einen Vergleich der Reifen hier ist auch ein dicker, das ist ein 190er breiter meiner ist ein 180er ja, U2, da ist es doch genau wenn man das als Nachteil werten will die Kupplung kann man nicht mehr einstellen den Kupplungshebel in der Griffweite hier Bremshebel ja ausweichen, Kinder leicht da ist was passiert, echt meine ist schon leicht zu dirigieren aber das hier ist noch leichter vom Fahren her von der Dynamik her also nicht von der Fahrwerksdynamik her denkt man fast, das ist eine kleine Duke von KTM geht alles ganz easy von der Hand fährt sich sehr sehr einfach von der Fahrwerksdynamik her von der Fahrwerksdynamik her von der Fahrwerksdynamik her